Komm, zeige ich jetzt, schuze ich dir auch mal. Beine, schau mal. Wille, wo musst du die Schuhe anziehen? Wir müssen schauen. Nicht auf mich schauen, Tana, man muss auf deine Füße schauen. Ich schau auch auf deine Schuhe. Kannst du ja nicht so alleine. So. Hallo, Christian. Hallo. 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 Ja, ich war's immer perfekter. Ja, er sammelt seine Erfahrungen. Ja, er schafft jetzt alles, was er kapiert, gell ist. Ja, ich zeige euch. Ich wohne nicht, wo er, äh, fünfte Angelegen. Komm. Au. 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 Ja, schön, nicht schön. Au. Oh, ist das hier? Rutscht, Damara! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Oh, danke, Kerstin! Oh, danke, Kerstin! Haben wir alle vier Tische? Haben wir alle vier Tische sauber gemacht? Ah, da ist noch einer! Guck, den müssen wir noch sauber machen! Denken Sie mal! Wir müssen den westlichen Tisch sauber machen! Den letzten! Den westlichen! Komm! Genau, schön sauber machen! Und guck, komm ein bisschen hoch! Huch! Nein, die Vase braucht nicht sauber machen! So! Wo ist das? Ah, das ist meine Rumpelkammer! Ist bei dir? Aha! Oh! Oh! Ah! 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 Jetzt mit der Zunge. Klack, klack, klack. Ist da jemand zu Hause? Das ist egal. Das ist menschlich. Genau. Papa? Küsst? Irren? Küsst. Ja. Steff? K. Steff gar. Richtig. Ich bin der Stecker. Mama. Das ist schön. Ich fühle mich in der Hose an. Ich habe zwei Handbenture. Und dann ich auch. Und dann wird sie erst da in der Hose. Komm. So, hast du auch noch leider einen Grünchen angeboten? Und, auch ich kann ihn nehmen, dann läuft er. Gleich, gleich, wenn ich kann auch noch.